So Freunde, heute gibt es mal wieder ein Infovideo. Ich denke, die meisten wissen Bescheid, dass wir am 8. Mai einen großen Sale haben. Es wird die Warrior X Pro in Carmo und Gunmetal Grey geben, sowie noch andere Produkte, zum Beispiel die Jovelot Pro ab 7 Uhr bis 21 Uhr 40% reduziert. Die Einzelvariante und die Kit-Variante, also wirklich Hammerpreise dabei. Ich verlinke euch unten den Sale-Link, da könnt ihr draufklicken, schaut euch die Angebote an, notiert euch einen Timer, notiert euch einen Timer, ja, stellt euch einen Timer, dann verpasst ihr nichts. Es wird auch eine i3 EOS UV kostenlos dazugeben. Lockt euch vorher ein, packt die euch in Warenkorb, wenn ihr Neukunde seid, registriert euch vorher, legt die euch in Warenkorb, ihr bekommt die kostenlos dazu. Ich werde euch jetzt im Anschluss noch ein paar Szenen zeigen und am Ende noch eine kleine Extra-Info geben und auch ein Gewinnspiel mit einbauen. Also viel Spaß jetzt mit dem Video und bis dann! Die i3 UV EOS in Odi Green ist eine kleine UV-Schlüsselbund-Taschenlampe mit einer UV-A-Wellenlänge von 395 Nanometern. Dadurch kann sie gut dafür genutzt werden, um zum Beispiel Geldscheine auf Echtheit zu überprüfen. Gefertigt ist sie aus hochwertigem Flugzeugaluminium und dazu ist sie außerdem noch nach dem IPX8-Standard zertifiziert. Ein- und ausgeschaltet wird sie durch einfaches Vor- oder Zurückdrehen des Lampenkopfes. Betrieben wird sie mit einer einfachen 3x-A-Batterie. Das Gewicht beträgt nur 19,4 Gramm und die Maße entsprechen ca. der Größe eines Kleinfingers bzw. der Größe einer 3x-A-Batterie. Zum Befestigen am Schlüsselbund gibt es natürlich eine Öse. So Freunde, ich hoffe ihr habt einen guten Einblick bekommen. Vielleicht ist die Lampe ja für den einen oder anderen was. Wie gesagt, ist kostenlos. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich finde die kleinen Lampen cool, um zum Beispiel Geldscheine auf Echtheit zu überprüfen. Wenn man zum Beispiel bei Ebay was verkauft, ein bisschen teurer, mal einen 100-Euro-Schein kurz überprüfen. Ah, okay, ist echt. Also es ist ganz praktisch. Natürlich kann man das auch noch für andere Zwecke benutzen. Da ist relativ viel Kreativitätsspielraum. Ansonsten möchte ich euch noch darüber informieren. Ihr kriegt nicht nur die Lampen umsonst dazu, sondern auch für eure Mutter eine Muttertagskarte. Wir hoffen, dass wir die euch pünktlich zusenden können. Ansonsten schenkt sie eurer Mutter einfach danach. Da freut sie sich natürlich auch drüber. Gut, jetzt zum Gewinnspiel. Ihr könnt eine davon gewinnen. Vielleicht auch mehr. Ich werde euch unten in die Beschreibung reinschreiben, was es noch zu gewinnen gibt. Ob es jetzt bei einer bleibt oder mehr, das muss ich vorher noch abklären. Dazu habe ich mich jetzt spontan entschieden. Und ich muss natürlich auch die Teilnahmebedingungen ein bisschen aktualisieren. Da haben sich ja ein paar Leute beschwert. Gut, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.